Hallo Leute und Willkommen zum KING-KORB. Das ist ein neues Projekt, das ich jetzt habe. Also hier ist der Bahnhof in ... Schau euch mal herunter. Ich zeig euch zuerst einen Bahnhof. Hier habe ich erstmal nur mein normales Schwert, mein Steinschwert. Aber ich bin nicht so kreativ, weil ich euch alles zeige. Also hier ist die U-Bahn, hier ist Rebe. Da gucken wir mal rein. Also später gucken wir uns auch die U-Bahn an. Also gut. Mal sehen auf welchen Gleis. Hier gibt es noch eine Unterbahn, die woanders hinfährt. Also das ist auch die S-Bahn da. Und dann fahren wir erstmal jetzt den Schnellzug, also der ICE. Hier fährt auch nur das normale Minecarts. Dafür brauchst du noch eine Mord. Dafür brauchst du schon sehr lange, um das alles zu machen. Aber sieht schon schön aus. Da unten ist auch noch eine kleine Zugstrecke. Aber die fährt dann zu ... Also das ist nur so ein Park da. Und da habe ich meinen Strom. Vorher ich arbeite hier an. Die Bremse habe ich da ausgemacht, da kann man da ruhig weiter fahren. Und jetzt geht es in langen, guten Tunnels. Da. Jeder mag ihn. Aber davor kommt noch eine Station. Dort wo man ... ... umsinnert. Da vorne ist die auch schon. Dann habe ich einfach mal das Boot eingetan. Und jetzt dauert es bisschen, bis wir Gas geben. Ach nee, wieso bin ich jetzt aus dem Minecraft-Haus? Da sind wir in den See überqueren. Ja, das ist dann in Schweiz der andere Bahnhof, weil jetzt ist es gerade, hier ist jetzt der Stopp. Ich spreche es mir nicht. Okay. Gut, jetzt fahren wir erstmal weiter und dann muss ich erstmal das Video stoppen. Ich mache gleich noch schnell und dann wird das Video gestoppt. Das war eine schöne Folge. Die zweite Folge geht gleich. Wenn wir am Schweizer Bahnhof ankommen, dann endet ich das Video. Und das nächste Video gleich wieder raus. Jetzt sind wir im Mini-Schnelltunnel. Okay. Und dann... Hm. Das, was ich gerade... Oder esse das von den Bahnen. Da ist ein Hühnchen und die dürfen nicht auf die Schiene. Weil sonst ist es... Okay. Und hier sind wir auch schon in der Schweiz. Eine Dampflok, die in die Hochschweiz fährt. Und das Video ist zu Ende. Na gut, das muss ich erstmal rausfinden, wie man das Video stoppt. Okay, danke. Danke. Danke.